Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 1. Wir sind hier stehen geblieben in dieser Wüste, im Altar der Erde und ich habe mich ein wenig schlau gemacht und ich muss hier gar nicht hin. Das ist optional. Und ja, ich habe hier drin gespeichert und man kommt hier nicht raus. Es sei denn, man stirbt, glaube ich, oder man besiegt den Boss, der hier drin ist. Und der Boss hier drin ist Level 50. Ungefähr. Und ja, wir sind nur Level 30. Deswegen werde ich einfach mal versuchen zu sterben, glaube ich. Ich habe gespeichert, ne? So, falls ich nicht rauskommen sollte. Aber was soll ich denn dazu machen? Ich glaube, ich werde meine Sachen gleich eben ablegen. So, ich lege gleich meine Sachen erstmal ab, damit die mich töten können. Mann, ich will nicht... Das ist scheiße. Das ist echt scheiße gerade. Ich will nicht sterben. Das ist das erste Mal, dass ich dann sterbe in diesem Let's Play. Und ich will einfach nicht. Ich will nicht. Aber ich kann auch hier den Palmen folgen und dann zum Boss gehen. Das wird schneller gehen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wollen wir mal gucken. Komm, töte mich. Jawohl. Kettle ist schon tot. Nur ich sterbe nicht so schnell. Ja, genau. Genau. Tötet uns mal. Na komm. Leute, die treffen uns nicht. Halt auf, böse Blicke zu verteilen. Greif mich doch lieber so an, Leute. Äh. Das kann ja noch ewig dauern, so. Ah, okay. Blacky ist vielleicht tot. Na. Oder? Ja, Blacky ist tot. Jetzt müsst ihr nur noch Mumu töten. Ja, 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 ja. Kommt schon. Oder so. Meine Reise geht zu Ende. Tatsache. Tatsache. Hm. Hm. Wunderschön. Gut, dass ich mich da nochmal informiert habe. So, das müsste reichen eigentlich, um in die Stadt zu kommen. Zumindest. Ja, ich bin ja hier in dem Anfangsgebiet. Boah, könnte ich mit einem Hub... Na, okay. Mit einem Hub könnte ich nicht rolllos rennen. Das stimmt schon. Hm, 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 hm. Oh. Vielleicht sollte ich meine Sachen wieder anlegen. Und wieso habe ich gerade mit Kettel 365 Schaden gemacht? Hm. Nein. Optimal. 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 So. Mal eben heilen. Äh. Ein erster Tod, der nicht wirklich als Tod gilt. Geld, ein Tut, ein Tut. Ne, ich zähl, ich zähl das nicht. Ich zähl das ganz sicher nicht. Das war gemein, einfach nur. Wo ist mein Schiff? Leute, wo ist mein Schiff? Kann mir das mal jemand sagen? Ich glaube, ich weiß, wo. Ich glaube, hier oben. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Oh yeah. Oh yeah. Na komm. Kein Bock auf diese kleinen Gegner. Hier oben? Ne, hier oben ist eigentlich nichts mehr, oder? Schon ein bisschen her, dass ich die aufgenommen habe. Ah. Verdammt nochmal, ey. Weil ich war etwas länger krank. Aber jetzt geht's wieder. Deswegen kann ich doch wieder aufnehmen, aber ich muss jetzt erstmal reinkommen. Ich brauch mein Schiff. Ich muss nach Melmond und von da aus weiß ich dann wieder, wo ich lang muss. Aber ich würde gerne erstmal wissen, wo ich mein Schiff abgelegt habe. Na der, äh, ganz nett so. Deswegen spule ich gerade ein bisschen auch in einem Weltkarten-Modus. Ganz einfach, damit das schneller geht. Nein. Hilfe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, ich geh... ... oben lang. Jawoll. Hey, 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 hey. Na, 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 na. So, jetzt müssen wir noch Melmond zurück. Nee. Ich kämpfe eigentlich nur, weil Fliehen genauso lange dauert. Und ich die extra Erfahrung dann doch lieber mitnehme. Aber hier habe ich leider keine Ahnung mehr, wo ich lang muss, um nach Melmond zu kommen. Deswegen bewege ich mich einfach hier an dem Rand entlang. So. Das machen wir gut. Hier muss ich rein, das ist doch schon mal schön. Hier ist Melmond, sehr schön. So. Ist das Melmond? Ja, das ist Melmond. Und... Nein, da muss ich nicht rein. Ich habe mich ja so gut wie gar nicht verletzt eigentlich. Na, der hat schon alles voll gut. Und Blacky? Hat auch schon alles. So. Und dann geht es jetzt nach Westen. Na 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 na, hier komme ich nicht lang. La 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 la. Muss ich vielleicht da lang? La 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 la. Ich komme hier nirgends wo lang. La la. Okay. Ich bewege mich mal am Rand erstmal lang. Ne, ich muss ja nach Westen. Lol. It's a trap. Ein Hai. No. Way too hardcore. Zu viele Höhlen. Aber die war ich ja überall schon drin. Ich muss einfach nach links, hat man mir gesagt. Da, warte, warte, warte. Ich gehe nochmal dahin, wo ich mich orientieren kann. Und speichere dann da. Klingt nach einer so guten Idee. Meiner Meinung nach. Ach, Leute. Kannst du mir doch eh nichts anhaben. Hai. So. Kann mal speichern. Jetzt muss ich gaanz lange nach links fahren, glaube ich. Habe ich auf jeden Fall so gehört. Huh. Oh, da ist was zum Anlegen. Kann ich denn noch dahin? Scheint so. Ein Hinterhalt. Oh mein Gott. Der Hai wird uns alle töten. So. Na, wie immer, Oga. Immer dasselbe hier. So kann man denn mal schön lang gehen. Also ja, mittlerweile kein Problem mehr. Immer schön nach Westen. Immer schön nach Westen. Ihr nervt. Geht weg. Nervt. Nervt. Näh. Oben. Scheint, dass man hier nicht schnell laufen kann. Das finde ich doof. Natürlich. Ha ha ha. Irgendwie funktioniert die Vorspultaste gerade nicht. So wie ich das will. Nicht gut. Oh, ne. Oh, ne. Ups, habe ich ein bisschen zu lange vorgespult. Hier komme ich nicht lang. Oh. Vielleicht sollte ich hier anlegen. Äh, was? Hey, was? Hey, was? Ich bin verwirrt. Bin ich jetzt auf der anderen Seite der Welt wieder rausgekommen? What the fuck? What the fuck? Das wird erklären, warum hier so schwache Gegner kommen. Äh, ich verstehe das nicht. Von hier aus komme ich nicht mehr vor. Ich bin auf jeden Fall auf der anderen Seite, das ist klar. Ja, komm. Hobo-Piraten. So. Ein bisschen umgucken hier. Vielleicht muss ich ja noch weiter nach links. Kann natürlich auch sein. My Potion. Wow. Oh no. Ich kann nicht, nicht lang. Ich fahre einfach mal die ganze Zeit nach links. Beziehungsweise halt mich hier so. Hier bin ich wieder. Ach, Leute. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall auf der anderen Seite. Also ich bin nicht da, wo man normalerweise lang fährt. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, ist die Frage. Ist auf jeden Fall nichts Normales. Nichts, was ich schon kenne. Deswegen halte ich mich einfach hier. Und gucke mich ein bisschen um. Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss. Einen Moment. Nochmal, was da? Vielleicht ist es ja hier doch irgendwo. Aber ich wette ich nicht. Ne, hier war... Ach, das war die It's a Trap Stelle. Ja, okay. Dann gucke ich eben. Ich stehe nämlich total auf dem Schlauch gerade. Ich gucke eben, wo ich lang muss. Man sieht sich gleich.